ja und damit halli hallo und herzlich willkommen hier auf pnv simulation ich bin's der bio begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich dass ihr wieder einschaltet zu einem neuen lotus video hier auf diesem kanal schön dass ihr da seid ach es ist immer so toll wenn ich ein neues video aufnehmen kann freut mich mega jetzt hat man ja in den letzten tagen ja doch ein bisschen viel mit updates und so ne hier update update lotos hat natürlich neues update und natürlich gibt es nur die ein oder anderen content entwickler denn natürlich hier weiterhin was sind das ist der ngt 45 der vierten generation wir haben uns ja bereits einen straßenmann dieser generation und nicht dieser generation sondern der ersten der zweiten generation auf jeden fall schon mal angeschaut hier von dem gleichen entwickler und ja man eigentlich für das erste modell eigentlich okay hatte jetzt natürlich eine kurze variante jetzt herausgebracht und die wollen wir uns heute natürlich mal anschauen was ich wieder mal sehr schade finde ist er steckt da wirklich viel fleißblut auf jeden fall rein das weiß ich schreibe mit ihm er hätte mich da auch so ein bisschen auf den laufenden erstmal vielen dank auch für das vertrauen auf jeden fall ja von von seiner seite dass er mir da auf jeden fall so ein bisschen informationen immer zukommen lässt von seinen aktuellen projekten und ja da muss man natürlich erst mal sagen vielen vielen dank an der stelle ist natürlich so dass die vierte generation wie gesagt ein großer teil ist wie wir hier sehen können wir können natürlich in mehreren traktionen fahren also ist jetzt die kupplungen sind soweit schon vorhanden und wenn wir uns das modell auf jeden fall so ein bisschen anschauen sehen wir dass es schon so ein bisschen low poly ist das ist jetzt kein hochqualitativ gebautes objekt also ich bin selbst gerade am objekt bau dran eine am bau einer straßenbahn eines älteren modells auf jeden fall wenn das verpasst hat dann könnt ihr gerne mal bei uns hier auf dem kanal mal vorbeischauen das ist der t24 der damaligen bvb noch die wir jetzt aktuell nachbauen ich weiß wie schwer das ist so objekte zu bauen züge zu bauen und alles so was ich mich damit jetzt gerade so ein bisschen auseinandersetze auf jeden fall macht er hier wirklich alles ganz alleine erst kürtet das ganze alleine vielleicht nimmt dass ich dann natürlich auch ein bisschen was vom ngt raus ist ja okay dafür ist es ja da ist halt open source da kann man das machen nimmt sich natürlich auch eigene die objekte hier wie zum beispiel den pantograph hier und die paar aufbauten sind natürlich vom ngt aber holt natürlich auch eigene witzige sachen mit an bord die man halt so auch noch nicht gesehen hat und zwar hier nämlich witzigerweise die spiegel einen ausklappen das ist ein cooles gimmick ja finde ich habe ich so noch nicht gesehen und muss man ganz ehrlich sagen der da ist schon irgendwie wenn er jetzt das ganze modell deutlich hübscher bauen würde weil wir haben jetzt so ein schlichtes blau einfach in verschiedenen farbtönen irgendwie das ist so auf jeden fall aus wenn das ganze jetzt noch ein bisschen runde runde aussieht könnte hier raus könnte man auf jeden fall was machen ich erinnere mich immer noch an die erste straßenbahn von karadamir der das ja auch so gebaut hatte dieser am anfang sah die jetzt auch nicht so weltklasse aus dann hat man sich auch so ein bisschen geschmutzelt es war halt vom innenraum natürlich schon deutlich modellierter gewesen aber wenn wir uns das ganze hier anschauen gibt dass ich hier natürlich auch sehr viel mühe mit diesen monitoren und alles was eine fahrgast informations monitoren die leider nicht funktionieren also jeder fängt mal klein an und so finde ich cool hier zum beispiel sieht man noch so einen kleinen fehler drinnen da haben wir jetzt hier zum beispiel diese diese trennwand der beiden fensterscheiben die ist hier außen hier und hier hinten ist er in sieht man ganz gut ist das auf der seite auch hier auf der seite ist beides richtig so aber wir wollen es jetzt natürlich nicht nur das außenmodell angucken sondern er meinte das auch vielleicht schon die töne funktionieren so erstmal machen wir die linie 001 sind auf der karte ach die meine güte das weiß ich nicht mal mehr welche karte hier haben ich habe wieder gepennt so machen wir groß ziel 99 999 so passt das ganze und schauen wir mal ja ich würde sagen das hat mich so funktioniert 0 0 0 0 0 1 macht auch wieder 0 0 0 8 ok dauert ein bisschen funktioniert leider nicht schade zeigt er mir nicht an aber wie gesagt hier auf dem bildschirm zeigt man so wenn wir jetzt hier vorwärts aber ich höre leider keine töne schade also den scheint deutlich vorhanden zu sein dann vielleicht wird das noch nicht geupdatet haben oder sowas sonst können wir hier natürlich die spiegel wieder ausklappen wie sieht es dann aus türen können wir scheinbar auch noch nicht öffnen ist die zugbildung falls mehrere traktion zum beispiel habt dann könnt ihr dementsprechendheit auch machen die wve fahrtenheft stand des dritten mai 2019 hier fände ich das cool wenn man hier immer so so die patch dort zum beispiel in form reinpackt dass man ihnen hier einfach so ein heft dann hin legt ja und dann einfach da die patch dort einfach das wäre doch eine coole interessante idee auf jeden fall blv weißt du bescheid da musst du mir nicht alles so packst du es einfach da rein dann habe ich das alles wunderbar im blick so jetzt muss ich aber passen jetzt weiß ich noch nicht mal welche karte das hier ist so wenn das mal hier eine kleine runde drehen also eine beschleunigung auf jeden fall schon mal sehr gut also so etwa kann man sich auch den t24 vorstellen ich glaube das ist ein bisschen kürzer und ein bisschen älter halt obwohl von der länge müsste es eigentlich sogar fast passen wenn mich jetzt nicht alles täuscht wir haben jetzt leider nichts ja also ihr habt schon richtige lautstärke an aber ja wenn natürlich die straßenbahnen keinen ton von sich gibt ja dann kommt natürlich auch kein ton und wenn auf der karte keine ton boxen verbaut sind kommt dann dementsprechend auch nichts die bremse die funktioniert gar nicht also doch die funktioniert aber sehr langsam also hier die bremse funktioniert scheinwerfer vorne funktionieren hinten was ist jetzt los alter ich will einfach nur nach hinten aber hinten nicht mehr also auf jeden fall an einer bremsung muss was gemacht werden ich muss ganz ehrlich sagen ohne jetzt böse zu klingen jetzt so oder sowas aber mir erinnert das so an die ersten mobile android spiele die so diese ich sag mal in anführungsstrichen billig bus simulatoren zum beispiel jetzt auf den markt gebracht haben wenn ihr euch daran erinnern könnt ich glaube so vom modell her dann ja auch so aus das ist jetzt nicht böse gemeint also jetzt nicht falsch verstehen ich meine mittlerweile kannst du die 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 ganzen bus simulatoren als auf dem android jetzt auch gut spielen die sehen auch jetzt auch fantastisch aus und jeder fängt mal klein an wobei ja wenn ich jetzt hier schon sehe ich glaube ich die gehen wir jetzt kaputt dran ja türen können wir auch noch nicht öffnen wie gesagt auch die sind selbstverständlich vom kt verbaut obwohl was sind das sind irgendwie diese warnleuchten hier oben das sieht aus wie so ein stopptaster also der der türtaster der normalerweise ja natürlich die farbphysik die muss auch noch ein bisschen überarbeitet werden eine rückfahrleuchte funktioniert die andere nicht warum das weiß man nicht so und wenn wir jetzt die weise noch stellen geht das noch wir sind weit genug entfernt wird zu schnell hier und fahren jetzt hier in die wende schleife das ist halt das problem wenn man mehrere monitore hat und das ganze denn dementsprechend hätte raus mit dem mit der maus raus aus monitor geht ja gerade wenn du dann beim drehen bist oder sowas ja also das ist wie gesagt also der ngt 45 der vierten generation ich meine mein modell mein erstes modell wird wahrscheinlich besser aussehen wenn es irgendwann mal fahrtüchtig ist ich bin jetzt gerade erst mal beim texturieren dran also da bin ich auch mal gespannt wie das ganze nachher funktioniert auf jeden fall muss man sagen dass er wirklich alles komplett alleine macht halt er hat glaube wenn mich jetzt nicht alles täuscht keine hilfe dem der ihm da jetzt um so ein bisschen unterstützt auch liegt das fahrzeug relativ tief wenn wir mal gucken wir kommen ja hier nicht mehr über den bord stellen rüber ohne dass wir uns jetzt hier wahrscheinlich alles aufreißen würden ja das fahrzeug muss doch ein bisschen höher leider teilweise finde ich sieht die aus wie hier die voll die straßenbahn von kevin nitschmann die den wie heißt die diese ng kann kann es sogar das gleiche modell sein ich habe den namen leider vergessen hier von dem nf6d genau von dem omsi erinnern weiß ich nicht die hat manchmal so züge könnte man fast glauben das ist die straßenbahn von kevin nitschmann so ja es ist auf jeden fall dieses projekt auf jeden fall was er da macht also wie gesagt ich habe mich mit ihm schon so ein bisschen unterhalten und er meinte halt dass ihm so was schon sehr schwer fällt was natürlich selbstverständlich ist ja so straßenbahn bastelst du nicht von heute auf morgen ja aber auf jeden fall weitermacht und versucht natürlich weiter so eine komplette serie halt praktisch aufzustellen wie praktisch karadamir das ja mit seiner oz mt macht also da ist es ja genau das gleiche da versucht er ja dementsprechend der auch so einen riesen fuhrpark dementsprechend halt aufzubauen und das will er natürlich hier auch machen ich bin mal auf jeden fall gespannt wie seine nächsten modelle aussehen er hat mir auch erklärt warum jetzt zum beispiel die vierte generation die erste die zweite die dritte generation was diese zahlen im allgemeinen mal so im hintergrund so bedeuten das liegt halt wirklich daran dass teilweise seine seine objekte irgendwie crashen oder sowas und er den praktisch neu anfängt oder irgendwelche fehler zum beispiel verbaut hat und die jetzt wahrscheinlich nicht mehr fixen möchte sondern baut sie dann komplett neu hier zum beispiel war ja gewesen bei unserem modell was wir hier oben hatten weil hier oben diese diese abblendung also diese blende war hier noch nicht dran gewesen wo ich hier finde jetzt müsste hier vorne halt noch doch mal eine blende rauf die denn die das hinten so ein bisschen abdeckt hier weiß ich auch nicht hier sieht irgendwie aus als ob es hier ein bisschen durchschimmert das haut ja auch noch nicht so ganz hin auf jeden fall wie gesagt dass auch die anzeige nicht so hundertprozentig funktionieren muss er auch ran die neuen leuchten könnten tatsächlich ein tick größer also die sind ein bisschen sehr klein auch wenn das ja nochmal straßen machen ist und sonst hat er hier auf jeden fall ein gutes design ausgewählt vielleicht hier an den seiten noch irgendwelche blinker zum beispiel allgemeinen blinker dass die auch funktionieren halt ich glaube die funktionieren nicht muss er sich auf jeden fall da noch ein bisschen auseinandersetzen so was die technik jetzt auf jeden fall angeht dass halt fahrsounds da sind ich aber da ist er dran auf jeden fall das weiß ich hat er mir schon geschrieben dass zum beispiel blinker funktionieren dass die türen funktionieren ich meine wenn er das schafft mit den spiegeln zu animieren dann schafft er das dicke dass er das dann dementsprechend auch hinbekommt und vielleicht straßen mal noch ein bisschen höher übersetzt ja dass die jetzt vielleicht nicht zu tief auf der erde sitzt da könnte man ja natürlich dementsprechend auch wieder mit verblendungen und alles was arbeiten sonst auf jeden fall interessantes projekt was er hier zaubert wie gesagt wir hatten ja letztes mal ein älteres modell gesehen in der langen variante jetzt haben wir hier mal eine kurze variante und ich finde das ganz putzig was er hier auf jeden fall macht ist natürlich wie gesagt alles fiktiv ist keine richtige lehnt natürlich an den kombino an und ja ihr könnt ja gerne mal wie gesagt eure meinung dazu in die kommentare posten was haltet ihr dann davon und wie würdet ihr die arbeit jetzt bewerten wie gesagt schlicht und einfach low poly modell würde ich jetzt hier fast behaupten ist natürlich geschmackssache natürlich wie 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 der andere Straßenbahn hat dementsprechend auch der eine mag den gt6 endlich der andere findet ihn wiederum toll und dementsprechend mag der andere vielleicht ältere Modelle weniger als wie die neueren Modelle und umgedreht und und so weiter und so fort ihr wisst ja selbst wie das ist man kann es halt nicht jedem recht machen und deswegen bewertet natürlich jetzt nicht nur weil ihr sie jetzt vom aussehen her nicht sondern bewertet so ein bisschen die Arbeit die dahinter steckt meine das gleiche sage ich ja eigentlich auch jedes mal zu der Straßenbahn von BLV natürlich ist es ein Convert trotzdem ist da haufenweise Arbeit drin die man nicht vergessen darf nur weil das Straßenbahnmodell soweit fertig ist heißt es nicht dass BLV sich da jetzt einen faulen Lenz macht er hat genug zu tun auf jeden Fall und deswegen finde ich es immer großartig wenn sich Leute heransetzen ihre Freizeit dafür opfern und sowas hier auf die Beine stellen und dass der Community natürlich zur Verfügung stellt und ja genau das ist es was ich euch heute zeigen wollte hier in diesem Video die neue Straßenbahn der NGT 45 ja der vierten Generation ja und ich würde sagen wir sehen uns im nächsten Video hoffentlich hier wieder wenn es weiter geht mit einer neuen Folge Lotus und die wartet schon denn sie ist bereits fertig und ich freue mich darauf mal schauen was uns da erwartet verabschiede mich hier sage danke fürs Zuschauen ihr lieben ciao tschüss und natürlich wieder bis zum nächsten Mal tschüss bis zum nächsten Mal tschüss